hey hey weiter mit darkest dungeon ich habe anscheinend letztes mal eine gruppe zusammengestellt ich habe absolut keine ahnung wo die hingehen sollten sie sehen aber ziemlich mächtig aus wir waren auf jeden fall noch eine handvoll deeds um die schmiede fertig abzugraden damit wir stufe vier equipment für alle leute kriegen habe ich ja nicht schon irgendwie was gekauft tatsächlich nicht na dann ja ich gucke mal kurz wir müssen das welt weiter erforschen dafür sind die definitiv die falschen ich wollte doch nicht in die kauf gehen oder mein ja da gibt es die anscheinend und den bullseye hat der sich auch gar nicht so schlecht liest ich wollte da nicht den necroman zu machen oder ist das nicht ich habe amani mit dabei das heißt müssen wir damit rechnen dass wir angegriffen werden wenn wir rasten wollte ich die kauf machen wegen den sechs die wirklich mit der gruppe ja ist keine schlechte kaufgruppe die knallen alle ordentlich na gut dann wenn ich das so geplant habe unser letzter held für helden trivia ist josephine die antiquarian die antiquitätenhändlerin die hat in ihrem comic ist schwierig diesen schwieriger charakter die kam auch glaube ich mit als allerletztes dazu die hat als spezial fähigkeiten dass die anderen loot findet in den dungeons und dass der loot den man mitnehmen kann höher gesteckt werden kann das heißt die gold haufen sind größer die ins inventar packen könnt ihr erhöht die gold stücke um 750 pro stack und die findet speziellen loot in die selbst tragen kann das sind einmal 1250 gold pro heirloom oder sowas das ist ein 5er stack und einmal 500 gold das sind 20er stack also eine ganze menge geld er hat halt absolut keine guten fähigkeiten die ist keinen support charakter die es einfach nur ein charakter mitnimmt um zu looten die kann andere leute dazu zwingen sie zu verteidigen der nervous step macht nicht unbedingt viel damage und lässt sich auch naja die ist einfach nur damit man die mitnimmt damit es mehr geld gibt der comic von der dame ist ein bisschen wild also die hat definitiv ihren meister aufgehalten ein ritual zu vollenden und hat die seele von ihrem meister in ihr weihrauch fässchen gebannt auf dem letzten panel bin ich mir nicht ganz sicher sieht so aus als hätte das ritual trotzdem noch vollendet also die scheint auf der suche nach macht zu sein und ist deswegen hier schätze ich na gut das war unser letzter held aus ich habe einen vergessen dürfte mir gerne bescheid sagen falls es so sein sollte aber dann machen wohl heute eine medium kauf und ich würde danach sagen dass wir irgendeine gruppe noch ins welt schicken das problem ist halt ich hätte gerne dass der großteil von denen ja noch bereit ist um einem welt auch gegen die kanone zu kämpfen wirklich niemanden die wir noch anheuern könnten leichten zweiten hell ihren oder so haben bodika lasst mich mal kurz in den stage coach gucke ich glaube zwar ein zweiter hellen drin kam ist halt genau gar nichts aber die fähigkeiten mit denen die kommt sind schon mal sehr stark da müsste ich ein oder zwei kaufen und die kann auf jeden fall so schon mal mit und die bekommt weniger stress solange es hell ist hätten wir unten eine gruppe aus takers dave wir haben den grim schon der hellen passt dann schlecht rein wie wärs mit das müsste im dritten was haben wir denn hier bad gambler ist mir ziemlich egal weltadventure ist genau das wonach wir suchen da müssten wir aber auch ein zwei fähigkeiten kaufen oder umsortieren und das ist absoluter käse was der damit bringt gut nehmen wir wie vor mit ich glaube über den hatte ich ihr letztes mal schon geredet jetzt ist er da da hätte ich schon einen namen für so uns kurz ein schickes outfit aus glaubt zwar naja wird schon passen fähigkeiten gucken uns dann an um nicht mit escape nach embark das funktioniert anders na dann ich habe hier eine starke gruppe zusammengestellt die muss halt damit rechnen dass wir nachts von lang angegriffen werden aber das sieht insgesamt so aus als kämen die damit zurecht ja wirklich den hier dabei als dritten slot na dann los geht's ich kaufe kurz was ein gebe unser ganzes geld aus 21 mal blut ist wirklich stark ja dann kommen wir dass wir in anderen welt machen je nachdem wie das hier läuft müsste alles in ordnung sein so wie es ist dann legen wir mal los vielleicht beim rasten noch gar nicht angegriffen die beiden hier sollte ich auf jeden fall trotzdem erstmal tauschen weil der macht mehr schaden in slot 1 das ist ein schöner gerade durchgang 100 prozent rum battles heißt hoffentlich nicht also bis zum schluss durch müssen stopp tut wir hätten damit der schaufel drauf schlagen müssen das hast du jetzt da wurden doch so einer grusche und kurz erstmal um den rest ich kann irgendwas hatte ich doch ihr hat niemand was dabei was das weg macht nicht so damit kann die ok na dann hier ist das armor piercing das nicht schlecht gegen den bypass das guard haben wir glaube ich nicht das problem hat 50 prozent brot das hat trotzdem absolut null schaden gemacht was kann ich ob das hier so eine gute gruppe für die leute hier ist so kann ich das sind die letzte reihe werfen interessiert in absolut gar nicht nicht mal jemanden der hier markieren kann was habe ich hier für eine gruppe zusammengestellt und wofür waren die gedacht wofür waren wie gedacht okay das war ja was ist egal mit meinem schaden los komplett falsch was mache ich hier das ist jetzt nicht weiter schlimm also auch nicht der lepper ist der der am besten mit stress zurecht kommt dass der gruppe hier und mit schaden irgendwie zweifle ich gerade daran dass ich wirklich hier sein wollte einmal ein kleines tänzchen wagen blutung werde trotzdem durchgekommen und nimmt ja auch nur sechs punkte schaden der hat auch gar keinen er hat auch gar keine rüstung das sind immer noch um das oracle einen kümmern der komisch hier alles das hast du findest dann resi ok die hat 120 sind immer noch 50 prozent chance zu betäuben und brauchen jetzt gerade nicht unbedingt der match ich denke da heißt ich einmal wenn das acht punkte heilung macht und er hat sich für acht geheilt warum war das ein crit darf der von dahinten überhaupt irgendwas machen das wäre lustig wenn nicht egal wenn man so lange denken steht aber nur so zum scherz schau mal sofort dass ein arterien petzer von dahinten immer noch machen darf ist das natürlich schrecklich langweilig das war gut das ist das was ich mir hier eigentlich vorgestellt habe klar die heilt sich selbst kritisch für acht gute arbeit ohne dass gesundheit gefehlt hat der lässt sich nicht schieben oder die haben doch alle grünes die kippen der hat 10 21 warum hat er den fischmann davor nur für sechs punkte schaden echt komisch echt komisch na gut wir müssen eine bandage raus geben der nimmt sonst 40 punkte schaden und das können uns leider nicht erlauben am besten wenn der typ da tot ist was ja so kann man auch seinen stress reduzieren nicht mehr blut wir haben ja eine heirloom chest da drücken wir einen schlüssel rein toll dass wir jetzt schon voll sind gut wir brauchen dies der rest ist mir erst mal egal davon haben nämlich tatsächlich genug doppel scout von die karte so weit raus geht eine schöne neue fackel für uns ich würde die beiden ja wieder zurücktauschen aber das problem ist halt dass die eigentlich wahrscheinlich immer vor dem dran sein wird du bist unser fallen entschärfer oder 90 prozent 90 prozent ist doch quasi 100 prozent na gut schauen wir mal ob da noch ein petz hannes mit dabei ist oder wie das hier läuft okay zwei unsichtbare bei slasher dann 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 gute frage gute frage gute frage bringt das denn überhaupt irgendwas mehr damage mehr accuracy mehr crit bringt den doch gar nichts oder gut genau brenn im heiligen feuer müssen wir schauen jetzt wo die ganzen hero dinge alle durch sind was wir dann für die nächsten episoden machen wir können uns ja noch diese lore dinge anschauen die sind ja noch da oder erst mal gar nix hält sich dann raus die werden gleich sichtbar wenn jetzt noch mal dran waren er macht glaube ich gerade nix also vorbeizuschlagen und sich selbst zu heilen das ist aber bald wenn der richtige ich habe nicht ausgesehen tag ist mitgenommen in den dungeon hier ich bin komplett irritiert weil sich hier für eine grobe zusammen geschmiedet habe die sehen ja aus wie als sollten die im world rumhängen und nicht hier so was haben wir hier wir machen noch einmal dazzling light nach da hinten und dann fängt die an zu heilen ab der nächsten runde das hat mich bis jetzt noch nicht so gestört die sache mit dem ganzen stress sehr starker treffer schildbreaker ist wirklich gut ja dafür hat man halt den nachteil dass die ersten paar längeren dungeons hässlich sein könnten mit dem schildbreaker weil man da ja potenziell dann nachts angegriffen wird was schön zehner stress ziel die anderen drei so was macht unser lepper eigentlich der sitzt da als nur und betet er ist nur am chillen klar doppelte stress wave form noch nicht sicherlich erlaubt kein illegaler move der lepper trifft erwarte ich eigentlich so eine 75 er geht ganz schön ab hier die runde 500 jetzt wird es schon wieder quatschig hier das gegengift ist für heilung und stress eigentlich dabei gewesen das kann also potenziell auch weg wofür wir das links dabei haben weiß ich gerade gar nicht hier muss ich mit einer schippe draufschlagen alle dann schon ist noch relativ lang der klang gerade als hätte eine wurst in der schüssel versenkt was waren das für geräusche im hintergrund oh man hallo ich bin hier der überraschte die hat rüstung oder nee auch nicht er 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 war nicht schlecht er bedasseln wir den und dann hat sich die sache doch oder auch nicht gerade wäre schön gewesen wenn der jetzt nicht dran gekommen wäre hätten wir gar keinen ärger gehabt und wir haben noch einen ganzen haufen kämpfer auf dem zettel stehen neue bandage das ist doch nett irgendwas muss hier weg wir kriegen so oder so einen zweiten stapel gold noch zu früh um mich von loot zu trennen ich denke wenn wir das nächste mal was brauchen fliegt das weihwasser raus wird man das nicht hier drauf keine schaufel negatives das fasst man nur so zum spaß an anscheinend du da du hast doch irgendwo schlechte sachen finger das machen war das gut oder schlecht gut anscheinend das doch schon mal was wackel anmachen überraschen lassen ob da ein kampf drinne wohnt läuft bis jetzt mehr so medium hier bringt die sachen mit dem essen an jemand könnte ja auch mal so eine falle sehen bevor wir reintreten alles kommt mit den tagler aus dem fußboden in radiance may we find victory langsam wird es gruselig wir müssen dann auch bald mal rasten damit das hier realistisch bleibt ja fass einfach an was soll schon passieren dass er das auch alles aufmachen kann die andere fängt da an zu bluten und der fingert da alles rein ach klar wer sonst wer sonst 70 prozent stun chance ist nicht so pralle da müssen wir wir können es versuchen 50 50 wäre schön wenn er betäubt wäre gut wenn wir nochmal so eine runde kriegen wie gerade und der jetzt nicht sofort dran ist ok ich glaube nicht dass wir jetzt 24 punkte schaden machen für den leuten die wir noch haben ne jetzt macht er sein kram bevor unser lepper den treffen kann ja steckt man halt nicht drin sehr starke runde gegen den kollektor er konnte ja genau gar nichts machen gerade ja dreieinhalb ich weiß ich weiß mal den key raus was auch immer der key findet ist weniger wert als dreieinhalb müssen langsam mal ein bisschen heilen hier das ist doch gar nicht so schlecht sage ich mal so spontan außer der kritik jetzt alle vier und der muss jeden paar runden mit heilen verbringen die kann sich um den da kümmern zusammen mit dem bounty hunter ach komm schon ein punkt du da lebra kranker husten einfach ins gesicht das wird schon punktschaden machen 93 das ist eigentlich gar keine so schlechte zahl der müsste doch jetzt sichtbar werden dahinten wir müssen rasten nach dem kampf hier der stress geht sonst zu hoch du da komm mal vor ja dann werfen wir die heilmaschine an wir sollten den da vorne trotzdem totschlagen die kann ein bisschen auf dem rum die wird ihn sowieso eine weile nicht töten soweit wieder dahinten steht wir müssen jetzt mal ein paar runden heilen ein zwei kritz werden nicht allzu verkehrt die leichen die leichen dann hätten wir den da hinten ja nicht getroffen die leichen haben 220 prozent und dann riesig natürlich wer sonst eine leiche zu betäuben ist halt echt eine herausforderung aber langsam kommen wir doch wieder hoch hier stress kriegen wir dann gleich los beim rasten den kriegen wir dann zurück sobald wir gegen die gegen die schlangen kämpfen müssen oh nein jetzt kann er wieder kämpfen nimm das großer kerl ja die kann aber auch uff sag er geht ab heute wir könnten ja auch einfach fertig sein das können du 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 komm und wir sind gut schmerzen wir einfach mal rein die dinger haben wir sie dabei das machen wir auf nachdem wir gerastet haben dann haben wir hier potenziell nämlich mehr platzinventar die vier da gehen jetzt zumindest auf jeden fall weg uch ne secret door und wir haben den schlüssel weggeschmissen gute sache da brauchen wir nochmal ne schaufel müssen wir darauf achten wir haben nur noch die zwei ein stress zu reduzieren aber irgendjemand von denen hier ist nix sechs wäre dann aber noch acht können wir noch zweimal das sollte reichen von hier aus wir kriegen den stress runter so all companions 15 prozent armor peers das ist doch nicht schlecht für drei was machst du auch gut für drei wenn ich das hier mache können wir dann heute nacht überhaupt angegriffen werden so und du machst noch wir müssen den stress runter machen dann raste mal hoffen dass wir nicht von schlangen überfallen werden wir werden von schlangen überfallen was zum teufel ist das denn da hinten wir haben hier vorne das stealth wir haben den rattler mit 34 er hat guard angemacht wir haben hier ein dazzling light das er resistet hat so können wir hier puncture durchschlagen wenn wir vorne auf den machen müssen oder was macht der kerl das sieht nicht so gut aus ich glaube nicht dass wir hier raus sind bevor die lady wieder durchdreht der hat nur 17 das hier vorne sieht gar nicht so schlecht aus wie wird die denn so die müssten mal ihr special anmachen auch wenn wir den schaden eigentlich gebrauchen könnten der war betäubt uff ja ne dann kommen wir sowieso nicht raus bevor und so schon gar nicht das wäre cool wenn du das resisten würdest ok nee die wird wohl ein wenig gestresst sein gleich 11 wie viel machst du der denn 7 bis 13 das ist doch fast 11 dass hier keine musik läuft während dem kampf ist super gruselig so der hat doch noch gesundheit ach jetzt hör doch auf zu dodgen wie kann man denn einem heiligen blitz aus dem himmel dodgen 20 stress die runde so das hat sich erstmal erledigt wir müssen hier auf jeden fall mal heilen da vorne cooler gewesen wenn einer von denen drauf gegangen wäre so wir haben jetzt noch diese eine runde hier in der der große kerl da drauf gehen muss das schaffen wir nicht bei dem schaden haben wir ein crit da vorne das ist viel schaden das war auch viel schaden schade dass sie jetzt trotzdem durchdreht ähm weiß bitte äh abusive ist schlecht frustration und fury destruktiv als 100 cannons abusive ist sehr schlecht für unsere party hier na gut schau mal wir haben kein gegengift oder wie genau soll die den spaß denn da überleben den die da grad hat und ja ich hätte die journal page trotzdem eigentlich ganz gerne und das ding da kann die leider grad nicht anziehen aber die sind gar nicht schlecht hat schon wieder jemand einen in die schüssel ploppen lassen im hintergrund 1000 gold ist viel und wir finden gleich noch das ding da können wir die egis dinger benutzen von hier aus direkt naja dann hauen wir die egis dinge raus in den ganzen bandagen können wir uns halt genau nix kaufen so sechs mal crest ne da habe ich schon 24 stück von dabei geheimraum cool 1250 gold jetzt einfach da so liegen wie sieht die karte nochmal aus hat sieht so aus als würde besser nach hause gehen außer wir sind da fertig mit dem dungeon ja wir lassen das blut hier shift klick shift klick nicht dass ich aus versehen das blut trinke weil das ist schlecht die kann nicht so viel schaden nehmen das überlebt ihr ja nicht danke das überleben wir wohl nicht so 14 müssen wir auf jeden fall heilen wenn die sich denn heilen lässt bin ich mir nicht so sicher wenn sie jetzt nicht stirbt neun ist viel zu wenig was wirklich eine bandage nein quatsch ui 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 das wäre besser gewesen wenn der gestorben wäre weil wenn jetzt beide vorne auf die lady da drauf gehen dann hat dies hinter sich 21 bisschen überzogen bis jetzt ist der stress noch in ordnung wenn wir noch ein oder zwei kämpfe haben sage ich da mal nix so den holen wir bei oder auch nicht bleib einfach da was soll schon passieren nimm hier ein bisschen zu viel schaden das mit den schlangen war nix gewesen ich bin nicht gedacht dass wir die direkt wieder sehen müssen wir müssten den kerl da hinten mal betäuben wenn wir kurz pause machen können alles voll hier unten alles voll ach ja ähm kann ich damit auch kann ich damit auch ähm ihr wisst schon meinen stress weg machen wir probieren es einfach mal nö essen wäre ganz cool ja einfach 1000 gold und schmeißen wir eine von den Fackeln raus ich mein so da ist jetzt ein kampf drin der könnte schon hässlich werden okay okay die hintere Reihe schwitzt halt ein bisschen müssen sich mal großzügig selbst heilen wow und verpasst ihr dem unseren Kerl eine das ist nicht okay vor allem bekommt ihr dann minus speed dafür dass er aufwachen soll gesundheit sieht einigermaßen okay aus wir müssen halt alle mal kurz stress pause machen wenn wir noch einen raum machen müssen wird das echt hässlich impale er hat gesagt dass der nacken an der schlange immer offen liegt ja ich meine also uff nachdem da ziehen wir bei dann sollte das doch einigermaßen okay sein wieder hier also einigermaßen eine schaufel 750 gold gut eine schaffe brauchen wir mindestens noch wir haben jetzt direkt noch einen kampf wird langsam eng hier okay so die galeonsfigur stresserholung oder damage buff war wohl diesmal nur ein damage buff das war wohl auch nicht der letzte kampf gewesen zwei stück werden aber noch hässlich dann wie cool wenn ihr surprised wärt nein na gut nicht nach vorne ziehen unsere westzahl gibt ja alles schön er kommt nicht mehr dran hier wird es langsam eng stresstechnisch die westzahl gibt alles auf die gruppe hier zusammen zu halten nicht mehr vielleicht beim machen schaffen das heißt er kommt auf jeden fall ein zweiter vorher gut gut ja jetzt hätten wir schon einen zweiten grünen gehabt da geht ein haufen geld flöten aber ich bin grad ein bisschen nervös was hier alles angeht wieder ein tausender sack gold wo soll ich das alles hin tun wir brauchen alles was ich hier dabei habe ja die met ups vielleicht nicht mehr alle aber den rest schon hoffentlich kriegen wir ein scout event sonst wird es nämlich hässlich bitte nur einen raum ok ein raum keine gegner davor ich bin einverstanden vielleicht kommen wir doch noch lebendig raus vielleicht ja fackeln brauchen wir eigentlich jetzt auch nicht mehr so richtig hat letztens gesagt dass ich ja keine sechs fackeln mit rausnehmen muss wenn es der letzte raum ist das könnten wir schaffen gut mvp hier unsere westahl ähm ja gute frage ich kann vorbeiziehen dann ist der markiert einzige möglichkeit wie der grad markieren kann ich muss da mal diese dämlichen die kräfe füße mal gegen irgendwas austauschen was auch schaden macht oder gegen markieren wollte ich sagen eigentlich bitte nicht totschlagen die hatte schon genug stress gehabt zwei drei drop ganz casual hier mach mal flanken tanz kann lustig jetzt noch zu verlieren kurz vor knapp nachdem du uns hier so ein ärger gemacht hast ganze gruppe muss jetzt gleich erstmal chillen und aber gold technisch sollte sich einigermaßen gelohnt haben bis jetzt müssen wir mal vorholen das brauchen wir alles nicht mehr das hätte uns aber auch schenken können betäuben können hätten wir den da hat nicht viel ja 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 musst du wirklich alles kommentieren was dir passiert abusive beheil mal trotzdem noch ein bisschen von deinem stress weg so uns steht jetzt hier einige optionen offen ich weiß niemand da schon und die torch weg wir nehmen den schlüssel man continue adventuring und wir machen jetzt die fackel aus ich weiß wir könnten zurückgehen hier unten noch das kurio anschauen und das kurio da anschauen aber da habe ich gerade absolut keine lust auf wir sind schon ewig dran ich glaube heute seht ihr nur den einen dungeon hier so jemand hatte mir geschrieben ich soll für die letzte kiste die fackel aus machen ich habe das internet gefragt und anscheinend funktioniert der spaß immer noch shift control klick so jetzt schließen wir den spaß hier auf jetzt gehen wir es müssen eine menge deeds gewesen sein zwölf stück 20.000 gold ich habe schon schlimmeres gesehen wenigstens keine krankheiten und nichts nur einmal kurz ballern das ist doch okay ein frischer irritant ein guter memory so naja unsere armani müssen wir auf jeden fall einstecken die peitscht sich bitte selbst aus sie war schließlich biosif das ist nur fair ging nach einem guten plan so blacksmith was brauchen wir denn für dich noch mein kerl 32 das können wir doch mit sicherheit tauschen wir brauchen schilde also kurz aufpassen ein bisschen ähm wo war der quatsch hier irgendwo oder da so ich hätte gerne so wunderbar ja hier unten sollten wir vielleicht auch mal drauf drücken gut packen wir die anderen leute noch ein du gehst beten und äh ja eigentlich sollten die in nix davon gehen die kommen nächste runde ähnlich mit die können dann auch mal pause machen hier irgendjemand drin sieht nicht so aus haben wir denn jetzt einen schönen dungeon gekriegt wir haben ein welt medium apprentice haben wir denn apprentice helden die dafür in frage kämen gut die da schlagen dann über auf drei das wollen wir nicht und der rest ist alles medium spaß ja ja dave müssen wir auf jeden fall dann ausrüsten so das hätten wir dann so so den grimm mit dazu hier in die ecke dann kaufe ich dave und tarkis noch sachen dann sollte das hier unten eigentlich keine schlechte weltgruppe sein um die kümmere ich mich dann für nächstes mal nachdem wir jetzt schon bald 40 minuten im dungeon drin waren müssen wir trotzdem feierabend machen hier sonst wird das zu lang dann danke fürs zuschauen like und abonniere nicht vergessen kanal mitglied werden ins discord kommen und ich habe keine ahnung warum ich die kobe da in die kauf geschickt habe tschau tschau und ich habe keine ahnung eine